Politiker und Sport zwischen den Wüsten und Romagen sind die Europäer in Südtirol in Südtirol sehr wichtig. Die Region zwischen Italien und Niemann, die sich in Südtirol in Südtirol betrifft, wie Menschen in Italien. Sie haben sehr viele Autonomien, aber auch nicht. Sie wollen eher eine Selbstständigkeit von Regionen. Durch die Angst, dass sich die Autonomien ausgesucht ist, dass die Italien zu reformieren. Jusjana Tirol macht deutsch dort typisch. Nei präderaast Krajina, keis Wibaitse. Končina mes Alpami a Dolomitami, živi sovod, čevetnačesto sýdom djese hat djese tihljit, wonies tourisma. Zvulk im Vuspechom, šio, vitshare, Hotele apensie, postaje a vobraz. A tihš viltšu Region, mest im Velohorštči, pšiča hoje. Typisch za Jusjana Tirol je tihš ratarstvo, rade cilje traditionelle. Hier sind die Touristische Motiven für Polatnice. Auch hier gibt es auch die Wurzice. Hier beginnt ein Konflikt in Südtirol. Viele Tafeln sind auch Niemisch-Tafeln, aber es gibt nicht nur 300,000 Niemes, die in Südtirol sind in Südtirol. Die Region des Süßes verabschiedelt die Welt in Italien. Niemisch-Tafeln sind auch die Autonomie, und auch ein friedliches Zusammenleben, ja mehr noch, ein Zusammenwirken der verschiedenen Volksgruppen in Südtirol, deutschsprachige Ladiner, Italiener. Und es ist eine ganz besondere Region entstanden, ein kleines Europa in Europa, eine Brücke zwischen den Norden und Süden Europas, und das wollen wir auch weiterhin sein. Hier praktisch wurde durch Wurzice, und die in Südtirol, die nicht in Südtirol ohne Stau und Spoko nicht sind, als Skeptiker zu kommen. In den letzten Jahren haben wir noch 30,000 Menschen, die die in Südtirol in Südtirol in Südtirol in Südtirol, die in Südtirol in Südtirol in Südtirol in Südtirol in Südtirol. Die in Südtirol in Südtirol organisiert das Land bewusst wird, dass es langfristig keine Zukunft im gleichen Staat mit Italien geben kann, dass das Selbstbewusstsein größer wird und dass die Leute einfach sagen, okay, wir trauen uns jetzt wirklich mal aufzustehen und zu sagen, so, jetzt haben wir es 100 Jahre bei Italien probiert und jetzt probieren wir es mal 100 Jahre ohne Italien. Konflikt. Es sollen Kompetenzen wieder an den Staat zurückgehen, dass sogenannte und in Südtirol oft befürchtete nationale Interesse eingeführt werden, dass soweit geht, dass der Staat hier sogar eingreifen kann und Politiker absetzen kann und autonome Bestimmungen außer Kraft setzen kann, wenn es um das wirtschaftliche und nationale Interesse Italiens geht und das hat gravierende Auswirkungen auch auf Südtirol. Wir sitzen auf einem Pulverfass. Wenn man mit Italien in einem Boot ist, dann kann das dann sehr schnell abwärts gehen und dann kann das bei der nächsten Regierungsumbildung passieren, dass eigentlich Rechte, die einem zustehen, plötzlich dann in Frage gestellt werden und man die immer wieder aufs Neue verteidigen und einfordern muss. Wie die Südtirol in Südtirol sagt, dass die Menschen nicht mehr wissen können, die Menschen nicht mehr können. Die Europäische Europäer sind nicht mehr und die Menschen mehr vertreten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.